Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Kapitel aus meinem Hörbuch Der Blick aus meinem Fenster, heute mit dem Titel Der Kampf ums Überleben. Eigentlich hatten wir alles, was das Herz eines jeden Tauchers höher schlagen lässt. Wunderbare unberührte Riffe, lange traumhafte Sandstrände, ohne jegliche Hotelanlagen, die Insel Beata mit Garantie für größere Fische und in der Nähe der Küste verschiedene Höhlensysteme, die denen in Mexiko nichts nachstehen. Ebenso hatten wir ein wunderschönes landschaftliches Umfeld mit der Region Barahona. Regenwälder, der Lago Enriquejo mit den Salzwasserkrokodilen, die Bahia de las Aguilas, der schönste und längste Strand der Dominikanischen Republik, die Laguna de Oviedo mit den Flamingos und nicht zu vergessen die Larimar-Mine. Im Blauen Stein kennt ja jeder, der die Dominikanische Republik besucht hat. Auch Ideen für die Tagestouren hatten wir genug, aber wie vermittelt man dieses ganze Angebot an einen potenziellen Kunden, gerade wenn man am Ende der Welt lebt, so wie wir. Wir versuchten unser Glück mit Anzeigenschaltungen, die wir in den zwei größten Fachzeitschriften, die es zu dieser Zeit im Tauchsport gab, doch ohne großen Erfolg. Wir bekamen zwar viele Anrufe und auch Faxnachrichten von Leuten, die interessiert waren, aber als diese dann hörten, wie lange und wie weit der Transfer dann noch von den Flughäfen dauert, war das Thema damit erledigt. Unser Problem war sehr simpel und einfach zu erklären. Wir waren zu weit weg vom normalen touristischen Geschehen der Dominikanischen Republik. Zu uns kamen nicht die klassischen All-Inclusive-Touristen, sondern vielleicht ein paar Eko-Touristen, die diese Ecke des Landes auf eigene Faust besuchten. Dass diese dann nur speziell zum Tauchen kamen, war sehr selten. Des Weiteren war natürlich auch die Infrastruktur, was Flughäfen und Hotels in der Region und Baraona angeht, nicht gegeben. Die Touristen, die die Dominikanische Republik besuchten, wurden von den Reiseveranstaltern in den alten Tourismus-Hochburgen im Süden wie Juan Dolio und Boca Chica untergebracht oder machten Urlaub an der Ostküste in dem nach dem Hurricane George im Jahr 1998 neu entstandenen Gebiet Punta Cana und Bavaro. Damals noch klein und fein entwickelte sich die Ostküste mit Punta Cana und Bavaro im Laufe der Jahre zum Haupturlaubsgebiet in der Dominikanischen Republik. Heute mit fast 9 Millionen Touristen jährlich und dem eigenen Flughafen in Punta Cana nicht mehr wegzudenken. Zwar wurde auch versucht, die Halbinsel Samana im Jahre 2001 touristisch zu integrieren und zu vermarkten, was aber bis zur heutigen Zeit nicht so ganz lukrativ funktioniert. Nicht zu vergessen sollte man aber auch, dass im Jahre 2000 das Internet noch nicht so fortgeschritten war wie heute und man noch Probleme hatte, dort eine Webseite zu platzieren. Auch das mit der Webseite haben wir natürlich versucht, aber auch hier immer das gleiche Resultat. Wir waren zu weit weg vom Schuss. Heute mit den sozialen Netzwerken wie YouTube, Facebook oder Instagram wäre das Vermarkten von unserem Standort und unserem Angebot an Tauchmöglichkeiten vermutlich kein Problem mehr. Aber damals gab es das nicht. Jeglicher noch so kreativer Versuch, Kunden zu generieren, verlief meist im Sand. Wir waren einfach von den internationalen Flughäfen dieser Insel zu weit weg und auch von den Preisangeboten waren wir gegenüber den All-Inclusive-Angeboten der großen Hotelketten zu teuer. Wie es aber so ist, will man aber einfach nicht aufgeben und man macht weiter und immer weiter. Doch nicht nur wir hatten Probleme, sondern auch das Hotel Riviera selbst. Bedingt durch die wenigen ausländischen Touristen versuchte man die Einheimischen etwas wohlhabenderen Dominikaner für die Wochenenden zu bekommen. Das Angebot wurde in der Anfangsphase genutzt, aber das Hotel verdiente auch mit dieser Aktion nicht genug, um zu überleben. Und so begann der Prozess, der bis heute gleich ist. Man versuchte durch Entlassungen vom Personal und schlechteren Service in den Restaurants irgendwelche Kosten einzusparen, um das Hotel am Leben zu erhalten. Doch das funktioniert in der Regel nicht. Der gesamte Service wurde schlechter und damit fielen die wenigen Touristen dann auch noch weg. Der letzte Versuch, das Hotel am Leben zu erhalten, war dann Hotelzimmer monatsweise an ein amerikanisches Unternehmen zu vermieten, das in Baraona eine schwimmende Powerplanter betrieb. Dort wurde Strom erzeugt und in das Stromnetz der Insel eingespeist. Die wechselnden Mitarbeiter wurden ins Hotel Riviera einquartiert und konnten dann dort neben der Unterbringung auch den Frühstücksservice nutzen. Taucher waren aber so gut wie keine dabei. Doch eine andere Geschäftsidee entstand relativ schnell. Die amerikanischen Arbeiter fragten immer wieder, wo sie denn günstig Zigaretten, Zigarren und Rum erwerben könnten, was sie dann alle paar Wochen bei ihrem Heimaturlaub als Souvenirs mitnahmen. Wir mieteten kurzerhand einen kleinen leer stehenden Laden im Hotel an und bestückten diesen dann mit Zigaretten, Rum und Eiscreme. Mit den Zigarren waren wir aber zu diesem Zeitpunkt noch etwas überfordert. Die Dominikanische Republik war um das Jahr 2000 noch neben Kuba eines der größten Anbaugebiete für guten Tabak. Viele namhafte Unternehmen wie Davidoff oder Arturo Fuente und andere hatten ihre Fabriken in der Umgebung um Santiago in der Mitte der Insel. Somit begannen wir zuerst einmal, uns entsprechendes Wissen über Zigarren, deren Herstellung und die diversen Arten und Formen anzueignen. Ich muss schon sagen, eine sehr interessante Aufgabe, die wir uns da gestellt hatten. Wir besuchten diverse Fabriken und hatten nach kurzer Zeit in unserem kleinen Laden einen beachtlichen Fundus an guten Zigarren. Doch diese, auch nicht gerade billigen Zigarrenkisten mit Inhalt einfach so in ein Regal zu stellen, war nicht möglich. Wir mussten relativ schnell feststellen, dass unsere Bestände trocken wurden und von kleinen Zigarrenkäfern aufgefressen wurden. Diese Käfer legen Eier in den Tabak und wenn die fertige Zigarre unsachgemäß gelagert wird, das heißt also, wenn der Tabak zu trocken wird, dann beginnen sie zu schlüpfen und fressen den Tabak. Das sind dann die kleinen Löcher, die man dann bei den Zigarren sieht. Um das zu vermeiden, müssen Zigarren mit einer bestimmten Temperatur und Luftfeuchte gelagert werden. Um unser Zigarrenlager jetzt nicht den Käfern zu überlassen, mussten wir in unserem kleinen Laden einen abgeschlossenen Bereich bauen, der eine bestimmte Luftfeuchte und Temperatur hatte. Ein begehbarer Humidor, so heißt das in der Fachsprache, wurde gebaut und mit Klimaanlage und Luftbefeuchter ausgestattet. Somit waren unsere Zigarrenbestände sicher gelagert und wir konnten jetzt ohne Probleme mit dem Verkauf beginnen. Da die meisten unserer Kunden erst in den Abendstunden kamen, wenn sie mit der Arbeit fertig waren, wurde der Laden dann auch erst ab 17 Uhr geöffnet. Tagsüber verbrachte man die Zeit in der Tauchschule und am Abend saß man dann im Zigarrenladen bis gegen 22 Uhr. Die Tage und Wochen vergingen und wir überlebten mit dem Verkauf von unseren Zigarren und Zigaretten an die amerikanischen Arbeiter. Das Geschäft mit den Tauchern war, wenn überhaupt, am Wochenende. Hier kamen dann einige Stammkunden aus der Hauptstadt Santo Domingo. Aber es kam, wie es kommen musste. Das Hotel Riviera musste die Pforten schließen. Da standen wir nun mit einer Tauchschule in einem geschlossenen Hotel und einem Berg von Zigarren aus unserem Laden. Einen Laden anzumieten in der Stadt Paraona war nicht sinnvoll, denn wer sollte uns dort besuchen, geschweige denn etwas buchen oder kaufen. Somit standen wir geschäftlich, im wahrsten Sinne des Wortes, auf der Straße. Die Berge an Zigarren versuchte ich dann in den Souvenirläden in den Touristenecken in Huandolio und Boca Chica loszuwerden. Natürlich nicht gerade mit Gewinn, sondern eher mit Verlust. Aber egal, denn dieses Geld reichte dann wieder einmal, um einige Einkäufe zu machen und die Familie zu ernähren. So, meine Lieben, ich hoffe, dieses Kapitel hat euch auch wieder einmal gefallen und es würde mich freuen, wenn ihr wieder reinhören würdet bei meinem nächsten Kapitel, was da heißt, es ist nichts mehr da. So, meine Lieben, ich hoffe, dieses Kapitel, was da heißt, es ist nichts mehr da. So, meine Lieben, ich hoffe, dieses Kapitel, was da heißt, es ist nichts mehr da. So, meine Lieben, ich hoffe, dieses Kapitel, was da heißt, es ist nichts mehr da. So, meine Lieben, ich hoffe, dieses Kapitel, was da heißt, es ist nichts mehr da. So, meine Lieben, ich hoffe, dieses Kapitel, was da heißt, es ist nichts mehr da.